Willkommen zu einer neuen Folge Interview mit deinem Imker. Ich freue mich ganz besonders, wir haben Hinak heute zu Gast. Hinak, magst du dich kurz vorstellen? Ja, einen schönen guten Abend. Moin, vielen Dank für die Einladung, Jan. Mein Name ist Nack Völker. Ich bin 32 Jahre, beiharrtet, zwei Kinder, wohnhaft in der Lüneburger Heide in Hermannsburg und bin Kere seit, eigentlich seitdem ich denken kann, habe 2010 eine Lehre gemacht, 2015 mein Meister und arbeite bei uns im Familienbetrieb und kümmere mich um alles, was blieben kann. Du stellst das so schön so ein bisschen und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Also du kommst aus der Wiege der deutschen Berufsimkerei. Das heißt, du hast den Familienbetrieb übernommen in der Lüneburger Heide. Du hast deinen Meisterbrief als Norddeutschlands Bester abgeschlossen mit 1, irgendwas und hast danach auch noch Erfahrung im Ausland gesammelt und hast jetzt quasi, ich weiß nicht, ob du oder Klaus, wer hat die größere Imkerei von euch beiden, aber mindestens die zweitgrößte Imkerei, die es in der Lüneburger Heide gibt. Das ist mal schwierig zu sagen, die größte. Ja, also ich arbeite bei uns im Familienbetrieb mit. Meine Tante ist Chefin und wir haben tatsächlich in der Lüneburger Heide natürlich eine lange Historie. Also die, auch gerade der Landkreis Zelle, die Geschichte, die hier früher stattgefunden hat. Also es müssen hier ganz wilde Zeiten mit der Imkerei gewesen sein und es ist immer wieder interessant, über welche Wurzel man hier auch bei der täglichen Arbeit stolpert. Und die, also die Geschichtsträchtigkeit, das finde ich schon sehr interessant, auch gerade, weil es noch viele Überbleibsel von meinen Vorfahren gibt. Also ich sage ja auch, wir heißen ja vielleicht nicht ohne Grund den Namen Völker. Also generationsübergreifend wurde sich immer mit Wieden beschäftigt. Und ich sag mal so, der Weg zur Lehre war jetzt nicht immer so ganz klar. Ich hätte auch gern studiert, aber ich wollte immer was draußen machen. Und so die Kombination, die sich da in der Imkerei ergibt, ist natürlich schon sehr, sehr schön. Wenn man so Sachen vereint, kann draußen stattfinden. Und da hat sich dann doch durch die Lehre, die bei dem Imkerei Stöckmann hier nördlich von uns stattgefunden hat, also eine Dreiviertelstunde, da sind auch ganz alte Verbindungen zu. Der Senior hatte damals mit meinem Opa zusammen gelernt. Und ja, so gibt es viele Sachen, die man dann auch erst Stück für Stück wiederfindet. Und nach der Lehre, genau, dann kam der Meister. Und dann hatte ich das Glück, nach der Lehre direkt nach Neuseeland gehen zu können. Und hab dann eine Saison dort mitgearbeitet. Und ja, ich sag mal, in den paar Jahren viel komprimiert, viel mit Wieden gemacht. So viel, wie es irgendwie ging. Das glaube ich. Wie muss ich mir Neuseeland vorstellen? Du hast, man guckt dann in einschlägigen Foren nach Jobangeboten und bewirbt sich dann bei irgendeinem und sagt so, hier kann ich eine Saison bei euch mithelfen und lernen. Und dann, oder wie kommt man, also nicht, wie kommt man da ran, aber wie ist so der Weg, wenn man sich dann entschieden hat und gesagt hat, so, das mache ich jetzt mal. Im Endeffekt sehr ähnlich. Bei mir war sogar noch der Vorteil, dass mein Altgeselle in der Firma auch in Neuseeland war. Und der hatte eine Firma damals ausgegraben, Kindle Honey. Die sind auch relativ groß. Und im Zuge meiner Bewerbung stellte ich dann fest, dass mein Opa selbst mit denen auch schon bei Wohlig gehandelt hat. Also da gab es sogar ganz, ganz früher schon Verbindungen zu. Und diese Firma ist auch einfach ein bisschen drauf aus, europäische Arbeitskräfte mit einzustellen. Viele Firmen sind ein bisschen mehr so auf Asiaten aus oder Kanadier oder je nachdem. Und die Firma hat halt auch schon, sagen wir mal so von der Wohnlogistik, sodass man da gut mit unterkommen kann. Und die, sagen wir mal so eine Saison geht ja ungefähr bummelig von September bis Mai. Ich bin dann gleich im Oktober gestartet. Das ist dann so Beginn der Apfelblüte, kann man sich das unbedingt vorstellen. Und dann steigst du in Flieger, kommst an und dann steigst du in Anzug und dann geht's los, oder? Ja, also genau, ich wurde vom Flieger abgeholt. Das war, also muss ich schon sagen, es ist eine lange Anreise. Also es lohnt sich auch nicht für eine Woche. Das ist schon, ich muss mal ganz klar sagen. Vorher war halt geregelt das Wohnen und so. Da wurde ich vom Flughafen aufgelesen, durfte einen Tag oder zwei Tage Pause machen. Ja, dann gab's Anzüge, genau. Die mussten bei mir noch ein bisschen frisiert werden. Dann musste auch noch dran gelegt werden, damit das nicht ganz so paddelig wirkte. Und dann ging's los, genau. Und dann bin ich jeden Tag quasi mit einer Truppe mitgefahren, oder später auch selber, war eine Firma, die in drei Hauptstandorte aufgeteilt ist und zu dem Zeitpunkt 11.000 Völker hatte. Und die haben eine Abfüllbestäubung gemacht, wo wir gemerkt, per Hand gewandert haben, mit zweieinhalbtausend Völkern. Das war aber noch alles im Nahbereich. Und dann hatten wir über die Saison, ich sag mal, ein Spektrum von Kivibestäubung, ganz viel Stand, in drei kleine Stände, sehr, sehr viel Honig. Also ohne zu wandern, hatten wir einen Durchschnitt von 75 Kilo. Ja, es ist schon ein ganz interessantes Nektarland und ein tolles Land für Bienen. Man merkt schon, die fühlen sich da richtig wohl. Und klimatisch ist es sehr, sehr ähnlich. Es gibt zwar ein bisschen größere Spannungen und manche Ecken sind bestimmt auch noch sehr speziell, aber im Großen und Ganzen ist es für Im Grei ein absolut tolles Land, was der Klima und der Boden so den Bienen so bietet. Cool. Und das, was Neuseeland ist, Langstroth wahrscheinlich ein Brotraum oder wie? Genau, Langstroth, also das mit diesen ganzen, ja, Maßen und Ecken und Kanten, die wir so in Deutschland kennen, die Neuseeländer haben sich da wirklich gut auf Langstroth geeinigt. Ja. Sowohl im Honig als auch im Brotraum. Also wir hatten Zargen, haben dann auch mit Dickwarmen gearbeitet. Wir hatten dann bummelig manchmal nur sechs Waben, das war dann ein großes Honigpaket. Aber natürlich durchaus einfach, ne? Und das hat sich durchgesetzt und ich würde fast behaupten, also unsere Chefin, die hat ein paar eigene Völker, die hat eine Plachtzarge, Plachtzarge Langstroth, aber ansonsten wohl die Bankwelt Langstroth. Ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Neuseeland mit den Oxalsäurestreifen schon viel, viel weiter sind. Ich mit irgendwem, von irgendwem, der auch mal da gearbeitet hat, gesagt, wir hatten die Dinger eigentlich immer eimerweise dabei und immer, wenn keine Tracht war, haben wir die reingeschmissen in die Völker. Wie machen die das da unten? Gibt es da irgendwas, was bei denen erlaubt ist, was bei uns nicht erlaubt ist? Oder wie macht man das in der Imkerei mit 11.000 Völkern? Also in der Zeit, wo ich da war, von 2012 auf 2013, war die Mühe nicht so ein Riesenthema. Es wurde, also, es wurde schon drüber nachgedacht, aber die Intention, die wir damals hatten, und diese, die, sagen wir mal, die Vielfalt an Bauer ziehen von früher, die gab es da noch nicht. Und zu dem Zeitpunkt hat er sich durchgesetzt, bei denen war er wohl. Und Api Bar, das wurde dann mit einer, ich glaube, wir hatten immer so drei, vier Stück vor, in der Weise nach der Saison in den Völkern. Und andere, also Oxalsäure, war gar nicht im Gespräch, aber ich kann auch nur für die eine Firma sprechen. Und in der Zwischenzeit ist ja auch einiges an Zeit vergangen, da hat sich auch viel geändert. Sind auch schon zehn Jahre lang. Genau, das denke ich auch. Also da hat sich auch gerade in Bezug auf Manduka und die Industrie dahinter und alles, also in Neuseeland, da ist sowohl nicht technisch einiges, glaube ich, gewesen in der Zwischenzeit. Ja, Wahnsinn. Und dann bist du zurückgekommen und hast den, arbeitest jetzt in dem Betrieb, den dein Opa gegründet hat. Genau. In den 50er Jahren. Magst du uns ein bisschen... Anfang der 60er, genau. Ja, magst du uns ein bisschen erzählen, wie... Also das, was du weißt über die Gründung in den 50ern, wahrscheinlich mit Körben angefangen und dann klassisch, wie man es aus diesem schönen Video kennt, mit Wanderung ins alte Land und dann später in die Heide und abtrommeln und so. Oder weißt du da mehr, wie das damals war? Auf jeden Fall hat der Fokus natürlich früher mehr auf Völkervermehrung, die in Produktion als solches gelegt. Das heißt, genau, die Pferdefuhrwerke, die kam früher schon noch zum Einsatz, aber ich denke, also Anfang der 60er wurde der Betrieb gegründet als Bewerbebetrieb. Und davor... Ja, das ist aber schon einige Zeit davor hat mein Opa bei seinem Vater damals noch die Imker-Gehilfen-Lehre gemacht. Und die... Also das war eine klassische Produktion von Schwärmen. Mein Opa fing dann an, in größerem Stil Schwärme aufzubauen und Schwärme zu handeln. Das heißt, es gab dann damals so wie so eine Postkarte, da konnte man ankreuzen, was hätte man gern für ein Schwarm, welches Volumen und zu welcher Bahnstation soll das geschickt werden. Und dann wurden die ganzen Schwärme eingesammelt und einmal die Woche ist Oma mit Opa dann zum Bahnhof und hat dann so viel Schwärme, wie da zur Verfügung standen, deutschlandweit verkauft. Gigerweise stolper ich da heute noch drüber, wenn ich noch ein Mensch aus Hermannsburg... Ja, ja, mein Opa hat auch ein Mensch aus Hermannsburg gekauft. Das war so ein bisschen der Grundstein und Heidehonig stand ganz stark im Fokus. Wir hatten schon sehr früh die Ausrichtung auf Heidehonig und das hat sich bis heute hin durchgezogen, dass wir so ein bisschen das große Augenwerk auf Heidehonig legen und auch auf die verschiedenen Charaktere von Heidehonig. Und das hat sich für einen großen Betrieb ausgebaut, was dazu noch kam, war der Versand, der ist auch bis heute, sagen wir mal, wichtig. Ja, habe ich gelesen, ihr macht in alter Tradition quasi noch Postkarten verschicken, wo dann die Leute ankreuzen können, wie viel Honig sie gerne hätten und dann verschickt ihr das. Und das geht, Versand geht dann an Privatkunden oder und schickt dann Karton an Privatkunden? Ja, das war ein sehr lang gepflegter Kundenstamm und die immer wieder gerne bestellen. Genau, wir haben eine Versandkarte, die heutzutage natürlich schon sehr schön, viele schöne Merkmale hat und dann einfach nur zurückgeschickt wird, angekreuzt. Natürlich kann man per Telefon, E-Mail, Fax, also da sind ja die Bandbreiten, aber es wird sehr, sehr viel verschickt. Wir haben einen eigenen Versandkarton, der selbst entwickelt wurde und auch die anderen Größen sind alle irgendwo so, dass man sie verschickt. Cool. Ah, das klingt schön, erwartet man eigentlich gar nicht bei so einem Riesenbetrieb, dass man dann das per Post an Endkunden und so verschickt. Man denkt immer, dann geht das per Fässer irgendwie raus an irgendeinen Abfüller oder sowas, aber es ist tatsächlich ein schönes Familienunternehmen und mit einem wahrscheinlich tollen Kundenstamm, die die Jahrzehnte euch treu bleiben. Das ist schon witzig. Ich denke, Heidehonig ist halt immer ein sehr spezieller Honig, nicht nur dadurch, dass er sich ja auch preislich in ein anderes Segment fügt. Heidehonig ist schon etwas sehr langfristiges und ich glaube auch, je nach Betrieb muss man auch sagen, speckt Heidehonig anders, je nachdem wie man ihn aufbereitet. Und da glaube ich schon, also Heidehonig-Kunden sind langjährige und treue Kunden, natürlich auch bei anderen Honigsorten. Das stimmt. Heidehonig ist einfach ein speziellerer Kunde. Wobei, ich war in den Herbstferien mit meinen Kindern durch Dänemark gereist und kann man auf meinem Instagram-Profil sehen. Wir sind mit dem Wohnmobil durch die Gegend gereist und haben auch ein paar Imker besucht und haben überall, wo es geht, dann auch Honig gekauft. Und ich muss sagen, ich bin absoluter Heidehonig-Fan geworden. Ich hatte vorher immer, ich fand die Konsistenz schwierig, aber jetzt ist tatsächlich, also wenn ich mir einen Honig aussuchen darf, nehme ich einen von den Heidehonigen, die ich mitgebracht habe. Also schon schön, das finde ich gut, ist eine schöne Sache, dass wir sowas hier lokal so produzieren können. Und sag mal, wenn wir jetzt, ich muss jetzt, sorry, jetzt muss ich mal mitten rein einsteigen. Ihr lasst den Honig ja analysieren. Ist Heidehonig eigentlich überhaupt irgendeiner Belastung ausgesetzt? Also irgendeiner, man wird ja nicht gespritzt, wird ja nicht irgendwie, gibt es irgendeine Belastung, die man im Heidehonig im Auge haben muss? Was wir natürlich auch immer kontrollieren, genau, sind die Belastungen. Die Rückstände können natürlich auch daraus resultieren, dass man ja nie ein Volk nackt in die Heide stellt. Also es hat ja schon eine Saison vor sich. Ansonsten ist das, was natürlich während der Heide gesammelt wird, auch. Warum? Also da ist ja wirklich die Landschaft, sag ich mal nachher, wie der Honig und da holt kein Trecker durch. Und da ist, sicherlich muss man vorher schauen, was macht man mit dem Volk. Also die Heidetraft liegt so spät, dass wir auch heutzutage uns um Barroazide Gedanken machen müssen. Und das müssen wir natürlich in einem sehr starken Maße kontrollieren. Und das machen wir auch, dass wir da auch von sicheren Seite sind, beziehungsweise unser eigenes Handeln kontrollieren. Aber ansonsten ist Heidehonig natürlich ein Honig, der, wenn man so will, sehr, sehr unbelastet ist. Ja, schön. Du hast worüber deine Meisterarbeit geschrieben? Ich habe versucht zu ermitteln. Wir haben ja so ein Langstrot-Plachtmaß. Und in diesem Langstrot-Plachtmaß haben wir aus der Scheibenhonigernte immer so Streifen drin. Das heißt, oben vielleicht ein Holzstreifen drin, Anfangsstreifen aus Wachs nimmt man. Wir hatten damals mal ein Holzstreifen oder ein Leerrähmchen, kann man es nennen. Und in meiner Lehre und auch in Neuseeland bin ich viel in Kontakt bekommen mit Kunststoffmittelwänden. Und diese Kunststoffmittelwände habe ich aufgetrennt und habe sie in Scheiben oder in Abschnitten in dieses Rähmchen gehängt. Und dann habe ich ermittelt, ob weiß und schwarz einen Unterschied macht, ob oben ein breiterer Streifen als unten einen Unterschied macht. Und zu welcher Jahreszeit welcher Bau der Biene, welche Wabenart dort drin gebaut wird und welche Einsatzwecke. Ich habe das Kunststoffmittelwand-Rähmchen mal getauft, ein bisschen kompliziert. Aber das habe ich über eine Saison eingesetzt von Rapszeit. Da wurde drauf gebrütet, da wurde drauf Honig geholt. Das wurde gesteudert, das wurde gestippt, das wurde in Scheibenhonig draus geerntet. Und die habe ich auch bis heute noch im Betrieb. Da musste ich kein Rähmchen von wegschmeißen. Und die werden auch noch weiter intensiviert. Ich gehe immer wieder weiter im Einsatz und ermittle halt immer noch mal wieder so andere Größen. Irgendwann zum Heidehonig oder zum Scheibenhonig ernten. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte bei uns hier. Da nutze ich gerne diese Kunststoffstreifen. Aber so geht nur einen relativ dünnen Anfangstreifen. Ich habe die gesehen. Es gibt über euren Betrieb, also es gibt eine Reportage vom NDR über junge Betriebe in der Heide. Und da haben sie dich auch besucht. Und da zeigst du es einmal in die Kamera, wie das Ganze dann aussieht. Ja, ja. Es gibt im Moment gerade wieder ein bisschen Diskussionen über Plastikmittelwände und Imkerforum, wenn das Video rauskommt, ist es wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Aber ich unterhalte mich auch mit einigen Leuten, die überlegen, ob Plastikmittelwände nicht eventuell auch eine Möglichkeit sind in der Zukunft. Wo kriegst du deine her, wenn ich fragen darf? Sind das Man-Legs oder? Wir haben die, glaube ich, damals, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube aus dem amerikanischen Raum gekommen. Wir haben damit relativ viel in Neuseeland gearbeitet. Also darüber bin ich dann auch angekommen und da gab es alle möglichen Formen. Da gab es die Rähmchen, die wirklich zu 100 Prozent aus Kunststoff waren, inklusive Seitenrohr und alles. Die vorgezogenen Plastikfarben, der Betrieb hat gerade damit angefangen zu experimentieren. Und während der Kiwi-Bestäubung war ich einmal quasi outgesourced. Also bin mit denen mitgefahren und habe dann in der Zeit aber auch in einer anderen Firma noch gearbeitet. Und die hatten alles auf Kunststofffarben. Die waren auch grün, da haben ein bisschen das Bild auch. Und die hatten sich schon wirklich sehr darauf spezialisiert. Die hatten eine eigene Reinigungsstraße für die Dinger. Würde ich bei mir nicht einsetzen im Gänze. Aber ich fand es sehr interessant, damit zu arbeiten. Ja, ich persönlich bin auch, also für mich wäre es auch nie eine Lösung. Es ist einfach alleine dem geschuldet, dass man nicht sicher sein kann, welche Qualität an Wachs man bekommt, wenn man nicht sein eigenes umarbeitet und so. Da muss natürlich jeder selber irgendwie dann eine Lösung finden. Und ja, Plastik ist dann leider eine Möglichkeit, das irgendwie zu machen. Aber wie gesagt, man muss sich ja mal umschauen. Wenn du schon sagst, die Weltimkerei ist auf Langstrot und viele arbeiten mit Plastikräbchen. Ganz blöd sind die ja auch nicht. Da kann man wenigstens mal schauen, ob sowas funktioniert. Oder wie bei euch dann mit Anfangsstreifen und so. Ja. Cool. Dann hast du deine Meisterarbeit geschrieben, hast sie ganz hervorragend abgeschlossen. Wie gesagt, dann hast du den Betrieb übernommen und machst das jetzt seit wann warst du fertig? Ja, sie war 2012 mit der Lehre fertig. Ja. Und seitdem arbeite ich bei uns im Familienbetrieb. Genau, nochmal zur Struktur. Meine Tante ist Chefin, der Junior ist auch gerade mit der Lehre abgeschlossen. Und ja, ich kümmere mich alles für fast so ein Bienenteil ein bisschen her. Also sind schon fast zehn Jahre. Genau, ja. Rückblicken. Rückblicken ist auch schön, ne? Mit Anfang 30. Rückblicken. Sehr gut. Cool. So. Dann würde ich vorschlagen, lass uns mal in deiner Saison starten. Ich habe 7000 Fragen. Ja. Aber im Moment machst du noch Urlaub und dann geht es irgendwann jetzt in den nächsten Tagen dann bei euch richtig los. Erzähl mal, wann denkst du wieder an Bienen? Wann geht es? Wann startet ihr? Ah, das ist ja das Schöne, dass man jetzt im Garni aufhören muss an Bienen zu denken. Ja, das stimmt. Ja, genau. Den Januar spare ich ganz bewusst aus, um auch ein bisschen der Familie zu Hause ein bisschen gerecht werden zu können. Und im letzten Jahr war es auch so, wir haben viel Material geplant. Also wir sind weiterhin immer noch für den unseren Völkerbestand langsam auf. Also der ist über die Jahre schon ganz gut angewachsen. Und in diesem Jahr, jetzt bekommen wir aktuell wieder Zargen. Wir haben eigene Zargen mit dem Bereich Stöckmann zusammen. Ein eigenes Zargenmaß auch und die werden dann immer extra für uns produziert. Und die sind jetzt just fertig und kommen dann Anfang Februar. Und dann starten wir wieder mit dem Materialbau, das Ganze vorzubereiten. Also alles, was irgendwie vorzubereiten geht, versuche ich bis April abzuschließen. Um dann auch in der Saison wirklich davon zu zählen. Also jede Mittelwand, das soll alles fertig sein. Und es ist ja doch eine relativ große Vielzahl an Sachen, die man so gut vorbereiten kann. Und da versuche ich aber sehr akribisch vorzubereiten. Das heißt, ihr habt Flachzargen und ihr bestellt dann mit der Imkerei Stöckmann zusammen, die bei irgendeinem großen Produzenten wie Stär oder irgendwie sowas. Und das sind dann eure eigenen Maße? Also wie viele Rähmchen haben die drinne? Die haben elf Rähmchen drinne. Das ist ein Langstotenmaß und ist einfach ein Mix zwischen zwei Drittel, drei Viertel. Da könnte man Baumgart sagen. Das Ganze ist einfach eine Eigenkonstruktion. Wir sind ja, in Deutschland denken alle in unseren eigenen Mustern. Ich habe meine Lehre darauf gemacht und ich bin einfach sehr davon überzeugt und kann damit einfach, ich kann damit wunderbar arbeiten. Ja, glaube ich. Ja, ich bin da sehr von überzeugt und denke, es ist halt wie mit Autos. Bei einer Auto kein schneller fahren, das andere hat einen größeren Körperraum oder kann noch einen Anhänger ziehen. Die Tage ist, ja, macht doch immer Spaß. Und auch Hoffmann-Rähmchen wie die Weltimkerei. Sehr gut. Kommst du auch mit klar? Ja. Ja, schön. Ist ja immer so eine Diskussion. Ich komme dann auch hervorragend mit klar. Ich frage mich immer, warum die ganze Welt bei Hoffmann-Rähmchen Emgert und in Deutschland so viele die Dinger hassen. Aber ich... Ja, aber das bereiten wir jetzt alles genau vor. Die Zahagen kommen in Einzelteile. Das heißt, zwei Wandteile, zwei Stirnteile. Und wir haben zusammengeklebt, zusammengebaut. Genau, Mittelwende haben wir schon angesprochen. Und bei uns im Norden, muss man sagen, startet die Saison immer etwas später. Also ich höre ja öfter diese Gerüchte von Frühtracht. Die kennen wir bei uns in der Lüneburger Heide nicht. Wir haben immer so, wenn andere dann schon Honigbäume aussetzen und immer noch so Wetterrückschläge, dass wir eigentlich die Rapsbüte, die bei uns grüßen, wenn wir jetzt von hier in Sachsen ausgehen, so Ende April startet. Davor ist es ja manchmal noch recht schattig und windig. Wir haben einen ganz interessanten Telefonkreis in Deutschland, den ich gerne mal kontaktiere. Und dann werden wir über die wildesten Sachen erzählen, was schon so möglich ist und welche Blumen und Bäume angeblich blühen. Das haben wir in der Lüneburger Heide scheinbar einfach nicht. Also wir haben einen anderen Start ins Jahr. Dadurch starten wir vielleicht ein bisschen später, aber machen auch ein bisschen länger dafür. Raps ist für uns hier schon, also schon im Frühjahr natürlich absolut das Wichtigste, aber auch in dem Sinne die erste große Nektarquelle. Also voll sicherlich kriegen wir vorher schon. Aber die Rapschläge, die sind ja auch zum Glück bei uns im Norden recht groß, so dass man sie auch einfach finden kann. Das macht das dann auch schon richtig Spaß. Das heißt, du winnt das aus und lässt sie auf deinen zwei Zargen, bis Raps anfängt zu blühen und setzt dann erst auf, also Ende April oder sowas. Genau, die kommen mit zwei Zargen durch den Winter. Das eine oder andere Folge wird vielleicht noch angepasst, aufgelöst. Wir entfernen noch einen Futterdruck, stecken paar Mittelwände rein, machen die soweit prachtfertig und dann geht es in den Raps meistens genau mit dem ersten Honigraum. Zum Raps müssen wir leider schauen, dass wir so ein bisschen die Nähe der Sachsen entweder die guten Bohnen finden oder Richtung Norden, Richtung Ostseeküste vielleicht, wirklich guten Bohnen finden, der dem Raps dann auch entgegenkommt. Sonst versuchen wir nicht ganz so weit zu fahren, versuchen einmal so ein bisschen uns Vorteil hier im, sagen wir mal, zwei Stunden Radios nutzen zu können. und eben drei bis zwölf quasi gestartet sind. Seitdem hat sich auch viele neue angefunden, viele neue Stellen. Es konnte nicht ganz so viele aus der Vergangenheit übernommen werden, aber ich denke mittlerweile sind wir ganz gut unterwegs und es hat mir besonders immer Spaß, mal zu diesen ganzen Ecken zu suchen, die sonst keiner findet. Also so Stellen, wo Bienen sich einfach wohlfühlen und da habe ich immer so das Gefühl, dass Neuseeland mit seinen, wir hatten über 1.000 Bienenstände, dieses Sehen von Bienenständen und das Prognostizieren von dem, was da so passieren kann, also das reißt mich mit am meisten auf keinen Fall. Schön, cool. Machst du noch irgendeinen, ich meine, das ist ja Neuseeland wahrscheinlich auch 7.000 Tricks gelernt haben, wie man, wie man Völker auswintert, also sind ja Pollenpattys sind ja auch in Neuseeland und irgendwie in den USA und so gebräuchlich oder Reizfütterung oder sonst was. Machst du irgendeinen Shishi oder so, um die Völker aus dem Winter zu kriegen? Eddy hat uns erzählt, er überlegt, ob er mit einem Sheet arbeitet, selbst auf zwei Flachzargen. Machst du irgendwas oder? Also wir gleichen die Völker zum einen aus, Pollenpattys wenden wir auch an, genau. Versuchen aber so eine warme Wetterphase im März abzufassen, wo wir einmal schauen, was ist da los, einmal eine Bestandsaufnahme, jedes Volk wird angeschaut. Wir kippen ja ganz bewusst die zwei Bruträume auseinander, können dann einen Pollenpattys einlegen. Wir sind hier oben einmal so ein bisschen, also solange Mais und Kartoffeln kann Nektar geben und nicht vernünftigen Pollen sind wir so ein bisschen abgeschnitten. Also wir haben sicherlich Weiden, wir haben auch ein bisschen Haselnuss und was im Frühjahr, was ist sehr, sehr ausgebildet. Also wir haben eine ganz andere Flächenstruktur. Auf unseren Böhen, da wächst die Kiefer gut, aber auch vieles andere findet sich einfach nicht in dem Maße. Und ich möchte die Völker gerne am Anfang alle in der Nähe haben, ich möchte die mir angucken, wenn ich das möchte. Und deswegen stehen die hier und das versuchen wir so ein bisschen zu kompensieren mit den Pettys und nicht allzu großen Winterständen. Ansonsten genau das Ausgleichen hatte ich angesprochen und lassen die relativ erstmal so wie sie sind auf zwei Zagen. Ja, okay. Wir haben jetzt nach hinten raus immer noch relativ viel Zeit, deswegen müssen wir uns im Frühjahr mal gar nicht so einen großen Stress machen, weil die Einsatzfelder sich doch sehr nach hinten verlagern. Okay. Ja, das ist bei uns ein bisschen anders. Wir probieren bei der Kirschblüte schon irgendwie ein bisschen Honig mitzunehmen. Und es ist halt noch einen Monat früher als Raps. Das ist ja cool. Aber dann geht's los bei euch. Wie du sagtest, die erste Tracht ist dann Raps entweder vor Ort oder irgendwie an der Küste. und danach Robinie? Ja, also wir machen die Völker, ich versuche einen Teil in Niersachsen zu lassen, auch gerade so Richtung Osten, Richtung Südosten. Das klappt auch ganz gut. Also ich mache immer eine Truppe, die wir wandern, die auch wirklich dann nach dem Raps zu Robinie fährt und dann nochmal irgendwas Richtung Sommerlinde macht und dann der Großteil der Völker versuche ich so beim Raps zu positionieren, dass er bis nach der Linde stehen bleibt. Also ich versuche so ein bisschen die Standorte zu kombinieren. Okay. Und da wir bei uns im Betrieb einen starken Fokus auf Heidehonig haben, wir haben natürlich einen Rapshonig, einen Weidehonig, einen Akazienhonig und auch einen Hütenhonig, aber sind jetzt nicht so diversisiert, dass wir ganz viele Untersorten brauchen. Dafür ist der Heidehonig einfach zu sehr im Fokus und den will ich auch gar nicht so aus dem Licht drücken. Die Völker, ich glaube schon, dass wenn man sie nicht zu oft wandert, dass sie einem das auch einmal danken und deswegen bleibt der Großteil einfach von Raps bis Linde stehen und wird dann nur gepflegt und geerntet und steht auch vor allen Dingen auf recht kleinen Ständen. Wir sprechen hier so um die Umwelch 16 bis 20 Völker und wird dann nach der Linde aber relativ zügig eingeholt, vorbereitet, dann zu Heide gebracht. Da war ein Teil der Völker, genau, der macht Akazie. Da versuchen wir auch so ein bisschen Richtung Sachsen-Anhalt, dass wir nicht zu weit weg müssen. Und der Ostsee-Teil, den haben wir jetzt letztes Jahr mal ausgelassen, haben die Völker mal ein bisschen tiefer gelassen. Ein Teil macht auch vorher schon Heidelbeer-Bestäubung. Also da sind wir eigentlich breit aufgestellt, dass unser Nektar-Portfolio eigentlich immer irgendwo was darbietet. Und sag mal, ist Diesel und Spritkosten und so weiter, ist das ein Riesenfaktor? Weil wenn du sagst, so viele Stände und kleine Stände und so viel Fahren und so, probiert man das auch? Also klar ist das anstrengend und kostet Geld ohne Frage, aber ich meine, ist das auch so ein Ding, wo man sagt, du lass uns doch mal probieren, ob wir da nicht Geld einsparen können, indem wir die Völker nicht quer durch die Republik oder so bringen? Ja, also genau, dieser Fokus auf den etwas kleineren Radius, also ich sag mal, der 100-Kilometer-Radius ist ja für uns Menschen, die nicht so einen riesen Führerschein haben, auch ganz interessant, um mit der Handwerkerregel ein bisschen flexibler mit den Fahrzeiten zu sein. Und die, also es sind sicherlich kostende kleine Stände Diesel, das ist schon ganz klar, weil ich glaube auch kleine Stände kostet, oder große Stände kosten auch bei meinen Maginen. Ja. Ich versuche das schon sehr intensiv zu planen. Also ich muss sagen, diese Wagtechnik, alles, was man so von zu Hause aus einschätzen kann. Wir haben das Glück, dass wir, ich sag mal, im Stöckmann-Maß laufen über 1.500 Völker, die wir alle, sag mal, mit Wagen in unserem Netzwerk einsehen können und einen ganz guten Überblick eigentlich haben. Einen ganz regen Austausch. Wir telefonieren und sprechen da viel drüber und stimmen uns ab. Und da hat man eigentlich immer ein ganz gutes Bild, obwohl man jetzt mit jedem Tag vor Ort ist. Und ich plane gerne. Also ich habe dann über einen 10-Tages-Plan, der dann auch ruhig gefogen wird. Sicherlich ein bisschen Wetter abhängig, aber nach dem Wetter versuche ich schon viel zu schauen. Und sicherlich weit wohne ich das so ein bisschen schwierig. Kommt auch im Norden häufiger vor, als man denkt. Aber erfordert natürlich auch sehr viel, ich sag mal, sehr viel Fingerspitzengefühl. Und mein Lehrer hat dazu wirklich eine gute Nase. Und manchmal klappt das dann auch hier im Norden. Ja. In Schwarze bin ich jetzt persönlich noch nicht der Angewandert. Okay. Kenne ich aber auch von Postkarten und von anderen. Cool Homo. Ja, sehr gut. Während der Saison macht ihr Schwarmkontrollen? Wenn ja, wahrscheinlich Kippkontrolle. Aber was hast du für eine Einstellung zu Schwarmkontrollen? Die meisten Berufsgänke, mit denen ich hier gesprochen habe, haben gesagt, mache ich nicht. Was schwärmt, soll schwärmen, habe ich eh kein Interesse an der Genetik. Wie handhabst du das? Ja, also Schwärmbefang ist jetzt auch nicht mein vorrangiges Hobby. Wir versuchen da schon, ich sag mal, zu integrieren. In dem Sinne, dass wir so ein bisschen die Betriebsweise verfolgen. Also während des Lapses, schon relativ früh im Jahr, nehmen wir einmal einen Ableger raus. Also wir sehen schon zu, dass wir, sag mal so eine Schwarmform, auch Probegnahme könnte man das nennen. Also ganz gezielt, wir schauen, wann beginnt der Raps, wie lange wird der aufgrund der Witterungsphase ungefähr blühen, dann kündige Zucht. Das alles schon, ich sag mal, in der ersten Rapswoche. Wir machen uns einmal stark bedanken, um auch an, sag mal für alle anderen Beteiligten, das sind ja auch nicht nur ich, der abhängig ist von der ganzen Zeit, der Thematik, machen einmal einen Plan, versuchen den dann einzuhalten. Das heißt, jedem Volk, wir haben zwei und drei Hutwaben verdeckelt, ansitzende Bienen entnommen, um dann einfach einen Ablegerstamm zu entwickeln, den wir nach der Heile zur Verfügung haben. Die Heile ist ja immer noch eine sehr, also erstmal eine sehr lange Tracht, eine sehr kräftezehrende Tracht. Manchmal ist die, das eine ist die Nektarprognose, aber die Völkerprognose ist auch eine ganz andere. Und das ist so ein bisschen unsere Absicherung, dass wir auf jeden Fall immer Bienen haben. Also ich habe noch nie einen Bienen verkaufen müssen. Ich möchte das eigentlich auch so beibehalten. Das heißt, wir haben immer selbst vermehrt, also dafür sind wir ja eigentlich bekannt in der Heile. Wir legen da ein großes Augenmerk drauf, das kostet sicherlich vielleicht ein bisschen Honig im Raps, aber gibt uns dann nachher die Sicherheit, zum einen ein bisschen was für das Schweren zu tun. Also wir machen einen Ablegernamen, kippen dann noch einmal durch. Wir könnten mit der Zarge, und haben auch einen recht hohen, tollen Turm kippen, mit zwei Leuten. Machen uns einen Überblick. Und ich muss aber sagen, die Biene, die wir haben, mit der läuft das. Die haben auch Lust, die wir ja noch beibleiben. Die weiß halt, dass wir Heile machen. Und das wäre jetzt, dass ich das Schiff verlässt, der... Der muss hier im Bau sein. Ja. Ja. Habt ihr eure eigene Zuchtlinie, irgendwas, oder verrätst du uns, was ihr für Bienen habt? Wir haben generell erstmal Backbassbienen, haben wir schon immer gehabt in Hermannsburg. Wir kriegen junge, unbegattete Königen. Ich habe, was Königenzucht angeht, zwei linke Hände und bin absolut der Meinung, dass Königenzucht ein eigenes taktisches Feld ist. Obwohl der eine hat seine Stärken, bei Ständesuchen oder beim... Ich habe es mit Königenzucht auf jeden Fall nicht. Und bin ganz froh, dass wir einen Züchter haben, wo wir unbegattete Königen auf einen Tag terminiert zugeschickt bekommen. Ja. Die dann auch mit den Ablegern machen wir gut, scheuen, teilen die auf. Zu einer Zeit x, die wir uns vorher, sagen wir mal, aufgesehen gesetzt haben und bilden daraus Ableger, lassen die auch unseren eigenen Belegstellen begannen. Und damit sind wir sehr gut. Okay. Cool. Ähm... Dann habt ihr... Also... Wenn du aus allen deinen Völkern drei Brotwaben rausnimmst und ihr tut dann die drei Brotwaben auf und füllt die dann erstmal einsargig? Oder schmeißt ihr die zusammen in eine volle Zarge? Oder... Ja, wir machen erstmal eine große Brotscheunen, die wir... Ich sage mal erstmal kurz kurzfristig zwischenpacken, also ich sehe es sich schon zu, dass wir große Türme machen. Ähm... Okay. Die werden dann mal eine halbe Woche, eine Woche, je nachdem, was wir uns so geplant haben, dass man auch vom ersten bis zum letzten Volk durchkommt. Äh... Wir versuchen es einfach so ein bisschen, wo das zweite Drittel der Abzeit einfach abzupassen, ne? Wenn man auch schon ein bisschen zeltbar sieht und erweitern ansonsten fröhlich mit Honigvold. Ne, aber... Ich meine... Du... Du... Du machst die Brotscheunen und dann hast du die unbegatteten Königin und machst daraus Begattungseinheiten oder machst du die direkt... Machst direkt zwei Kilo Kunstschwärme und haust die alles in eine Zarge? Oder... Wie macht ihr das technisch? Wir machen... Wir machen... Also ein ganz kleiner Teil machen wir auch... Wir haben alles auf dem Standmaß. Das finde ich ganz wichtig. Also wir haben grundsätzlich immer das Standmaß, auch wenn ich jetzt sage, ich mache drei Wabenableger in eine kleine Kiste. Wir haben so sechs Wabenkisten mit einer Futtertasche drin. Ähm... Dann nehmen wir immer das Standmaß und die Ableger machen wir direkt in die Zarge auf hohen Boden. Setzen wir auch den Trog ein, ähm... Futter vollen, ist mit drin, helle Waben, dann meistens im Schnitt drei Wutwaben, ansitzende Bienen, unbegattete Königin dort mit rein und lassen sie dann im Ort begatten. Okay. Dann haben wir dann nachher wirklich einen ganz, ganz großen Haufen Ableger, eine vierstellige Zahl, die sich dann einfach selbst begattet und das klappt sehr, sehr gut. Und die Völker sind dann so, dass sie über das Jahr reifen können auf schönen Ablegerständen, werden bewusst nicht mit in die Heide genommen, damit wir wirklich eine Rückversicherung haben für alles, was in der Heide eventuell schief geht. Mhm. Und das sind dann die Völker, die im nächsten Jahr schon vorm Raps Hallo sagen und, äh... Fahne. Und dann auch die Heide wollen. Ja. Ähm... Wie behandelt ihr die Ableger dann? Also Varroa-Behandlung? Einmal brotfrei wahrscheinlich und dann den Rest des Jahres? Genau. Und wir haben einmal die auslaufende Boot, diesen Knackpunkt, den gucke ich mir ziemlich genau an, dass wir einmal mit dem Varroa-Med zwischen kommen, dass wir mit Oxal so einmal träufeln. Und ansonsten wachsen die, sag ich mal, relativ üppig über den Sommer und kriegen dann im Herbst, sag ich mal, eine Varroa-Med-Block-Behandlung. Okay. Das wäre der Farb da. Ja. Okay. Cool. Ähm... Wo waren wir in der Tracht stehen geblieben? Robinje hattet ihr, beziehungsweise das, was zu Hause bleibt, dann Linde. Ähm... Und dann müsst ihr euch auch schon quasi vorbereiten, oder? Auf die Heide. Genau. Also die Heide ist interessanterweise ja doch ein relativ starkes Termingeschäft. Das heißt, Truppenübungsplätze geben uns einzelne Daten vor. Es gibt Einwanderungen ab 1.8., es gibt Zeitfenster von einem Wochenende und oder auch gar nichts. Ähm... Das macht es schon so, dass man sich dann mal einen Kalender nimmt und dann, sag ich mal, diese Einwanderungszeit von 25. Juli bis 10. August einmal richtig terminiert. Man sagt, du fährst dahin und die Völkergruppen, die im Sommer... Die Völkergruppen, die ich im Frühjahr bilde, die bleiben auch zusammen, sodass ich schon sagen kann, du warst da und verfolg das auch ganz gut mit und prognostizier so ein bisschen... Den Verlauf, also welcher Heideplatz passt, braucht man zu welchen gehen. Über die Jahre lernt man sehr viele unterschiedliche Heideplätze. Also Heideplätze sind jedes Jahr immer ein bisschen anders, aber auch ein bisschen gleich. Obwohl sich die Bitterungsbedingungen sehr... Ja, manchmal auch sehr, sehr stark ändern. Und das versuche ich alles so ein bisschen einzunehmen, mit einem tiefen Blick da rein, was da so abgeht. Und ich schreibe mir auch viele auf. Ich schreibe mir immer was auf, was ich das nächste Jahr anders machen will. Da kommen halt diese ganzen Stichpunkte drauf und die lese ich mir dann jetzt im Februar auch mal durch. Und dann will ich das überhaupt alles so... Weil im letzten Jahr man ehrgeizig über vieles und das hat man im Winter nach so einer kleinen Pause wieder vergessen und eben kribbelt es jetzt in den Händen. Und ja... Ja, geht mir aus. Und dann muss ich eigentlich ein großes Augenmerk drauf geben, dass die richtigen Völkern zur richtigen Zeit am richtigen Punkt... Versuch es. Ja, klar. Was machst du denn, wenn du irgendwelche Nieten während der Saison findest? Also sei es jetzt abgeschwärmte Völker oder irgendwas, wo nix im Honigraum ist oder sowas. Ist so irgendein Vorgehen, wie man... Was du bei dieser Anzahl von Völkern dann machst? Ja, also von denen trennen wir uns generell sehr, sehr zügig. Und dadurch, dass wir alles auf einer Zarge haben oder alles auf einem Zargenmaß, sind wir sehr flexibel. Ob wir sagen, wir pusten das Volk aus, pusten das voren standen, setzen das als Honigraum oder je nachdem, was man damit machen kann oder erweitern damit Ableger. Aber das lösen wir generell auf. Also versuchen schon die Völker, die mit auf der Reise sein wollten, dann auch zu halten und alles andere, was dann mit einem gewissen Pro-Prozentsatz vielleicht nicht so gut läuft, da auch nicht zu viel Zeit um zu investieren, sondern schnelle, klare Lüge dafür zu finden. Weil alles, was bis zur Heidezeit oder bis kurz vor der Heide nichts ist, was nicht wirklich Kopf in Schuss ist, das wird nach der Heide nochmal eher den anderen Völkern schaden. Also das, was mit in der Heide mehr ist, prognostiziert gut, ist weiserichtig, ist auf einem guten Weg. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die Völker auch für einen langen Zeitraum, ich sag mal, ohne Pflege meistens sind, also Problemsätze sind zu. Da kann ich nicht, wie ich möchte, hinfahren. Und ehrlicherweise alles, was bis zur Heidezeit nicht erfolgreich war, wird dann nie im März gehabt. Da muss man dann zu spät im Jahr. Königin tauschen, klar, das mache ich fortwärts, auch vor der Heide, nochmal intensiv schauen, wer macht mit, kann man nochmal eine Königin mit dem Ableger zusetzen. Das klappt auch nicht gut, denn schon nachher Sommersonnenbinde. Und ja. Das heißt, alte raus, Platz machen, Ableger reinstecken. Genau. Okay. Ja, spannend, ist immer, weißt du, wir mit wenigen Völkern neigen ja immer dazu, jedes Volk irgendwie dann nochmal zu gucken, was kann man da noch machen oder kann man da noch retten, aber kannst du dir alles nicht erlauben, ne? Bei der Größe, wenn da irgendeiner ausfällt, dann muss da gehandelt werden, kannst du ja nicht. Wie machst du denn das, wenn du an so einem Stand fährst, der ein paar Kilometer entfernt ist? Hast du Königin, Material, alles dabei, um auf alles vorbereitet zu sein? Oder? Ja. Ja. Ich mache morgens, also ich packe mein Auto generell abends, wir haben immer Flachbettkritschen, auch so ein bisschen an Seeland angelehnt, also immer viel Luft, keine Seitenwände, keine Dächer, kein gar nichts. Und wenn ich mein Auto packe, dann sind immer, ich sage mal, so ein bunter Wabenmix mit drauf, alles, was man so mitnehmen kann. Und morgens vor der Abfahrt, ich fahre mal recht früh los, nehme ich mir immer noch eine Handvoll kühligen Ableger mit. Und die fahren den ganzen Tag mit, die haben einfach oben einen vollen Gitterboden und bleiben dann entweder bei den Bienen, werden irgendwo zugetührt, ich lasse sie nachher irgendwo stehen oder lasse sie einfach zu Hause nachher bei mir im Garten kurz in der Nacht kriegen. Aber da sehe ich dann schon so, dass ich für jede Eventualität irgendwie eine Lösung dabei habe. Ja. Cool. Super. Dann erzähl mir doch mal, ihr holt dann irgendwann den Sommerhonig, den Rest runter und bereitet dann die Völker schon vor? Oder habt ihr dann noch irgendwie eine Pause zwischen, dass ihr noch schleudern könnt oder sowas? Ja, das Schleudern, das kommt noch. Genau, also direkt im Anschluss der Linder, also wir ernten fleißig, da wird er zum Glück nicht ganz so schnell fest. Wir fangen dann schon parallel an, Völker zurückzuwandern und oder direkt parallel in die Heide. Es gibt einige Stellen, die auch gerade hier im Nahbereich liegen, die wir direkt anwandern können, die sind zwar ziemlich im Wald, aber aus logistischen Gründen bringen wir die relativ flügig hin, beziehungsweise dass sie vielleicht bis Mitte Juli noch in so ein bisschen vollen reicheren Gegenden stehen. Und die Heidezeiten sind auch so, dass schon vor dem 1.8. schon Neckar da ist. Das war jetzt dieses Jahr in der vergangenen Saison nicht so, aber manche Jahre ist es auch gar nicht so verkehrt, schon ein bisschen eher da zu sein. Man merkt dann doch schon große Völkerwanderungen, die nachher einsitzen, dass sich auch der Neckarspiegel vielleicht ein bisschen verändert. Gerade so Randgebiete sind manchmal ganz interessant, auch in früheren Zeiten. Das hängt dann ganz individuell vom Standort ab. Aber sicherlich, der Juli ist eine sehr spannende Zeit, wo auch viel klappen muss. Manchmal haben wir auch sehr hohe Temperaturen. Das ist mit der Wanderei alles gar nicht so einfach. Und dass wir ja doch einen Termindruck haben, wo Völker da sein müssen, und Druckflügungspätze geben keine zweite Chance. Also entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Aber dafür haben wir den Vorteil, dass wir dann am 10.8. ungefähr auch einen kleinen Breaker haben. Da ist dann schon so, die Völker sind auf den neuen Standplätzen, da sind Wagen drunter, man kann das gut im Auge behalten und weiß dann ungefähr, wohin die Reise zu gehen kann. Okay, aber ich habe mir vorher nochmal den Artikel aus dem 2020, gab es irgendwie im Bienenjournal einen Artikel, wo über Heideimkerei gesprochen wurde. Da warst du und Klaus waren da im Porträt. Und ich erinnere mich an einen Satz, wo dann stand, Klaus Ahrendt sagte, Varomet ist ein absoluter Glücksgriff für uns, damit können wir dann halt auch irgendwie so. Behandelt ihr die Völker dann nochmal vor der Heide? Also wenn die Linde runter ist? Oder laufen die so in die Heide dann rein, wie sie sind? Nee, wir machen Tatsache, zu meiner Lehre war das noch nicht so. Das ist auch eine ganz schöne Umstellung gewesen, beziehungsweise ein Augenmerk darauf zu legen, wo geht es mit der Milbe hin. Und Varomet muss man schon sagen, dadurch, dass man den Zeitpunkt nutzen kann. Also wir gehen so vor, dass wir die Völker aus der Linde holen. Und dann samt auch Honigraum runter, zwei Wuträume. Die Völker sitzen eng, die hängen unten durch. Und dann versuchen wir ungefähr zwei Behandlungen dort einzuschieben. Dass wir, sagen wir mal, dieser Vier-Wochen-Korridor, der uns ungefähr bleibt, also wir haben jetzt nicht so starke Lindenstandorte, dass wir da die Zwischenzeit nutzen. Und sonst sehen die Völker unbehandelt nach der Heide nicht so glücklich aus. Das muss man schon so sagen. Ich würde sagen, das war vor zehn Jahren vielleicht anders. Aber die Behandlung im Sommer ist schon sehr, sehr wichtig. Da hängt sich auch stark von den Temperaturen so ein bisschen ab. Also was ist gerade mit dem Gehen los? Wie sehr haben die andere Faktoren zu kämpfen? Und dann schleudert ihr den Lindenhonig direkt bei euch? Oder macht ihr, also ich habe in der Reportage, sorry, ich verlinke alles unten. Ihr müsst euch die Reportage dann hinterher angucken. Aber da wird gezeigt, dass du, wahrscheinlich ist das die Imkerei Stöckmann, wo du deinen Heidehonig mitschleuderst. Oder die sagen nur, das ist bei deinem alten Lehrmeister. Ja, wir steuern in der Imkerei Stöckmann. Dort steht einfach eine große Scheudeanlage mit 100 Waben, die wir mit benutzen können. Wir haben den großen Vorteil des selben Wabenmaßes. Wir sind in unserer ganz kleinen Gemeinschaft. Ich sage mal sehr, sehr schlagfreundlich. Ich freue mich sehr, dass wir da sind. Wir bringen den Nodig mit. Wir fahren teilweise direkt vor den Ständen mit den Zagen auf Paletten. Wir laden mit Stapler ab. Wir steuern in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Auch mit einem Pool aus Leuten. Also irgendwer hat gerade immer noch mal Zeit. Das überschneidet sich auch sicherlich. Vielleicht steuere ich auch mal mit anderen Zagen. Dann kommen unsere dran. Schleudern grundsätzlich erstmal alles in Fässer. Und nehmen dann Sagen und Fässer nachher wieder mit. Und so haben wir in Hermannsburg ein Wabenlager. Wir haben eine große Halle mittlerweile. Und das Schleudern findet aber da statt. Und das ist nur eine Dreiviertelstunde weg. Und auch mit einer Autobahn verbunden. So, dass wir irgendwie meistens immer auf einer Runde das gut mit hinkriegen. Und haben auch nachher zur Heidelzeit den großen Vorteil, dass wir automatisch stücken können. Also, dass die Waben wirklich nur noch entdeckt werden. Die laufen übers Band. Heilhonig ist ja doch so ein bisschen mit seiner Viskosität. Er sprickt nicht rein ins Gas. Und durch die automatische Schleuderstipperei. Früher saß dann noch ein Lehrling auf dem Schleudernband und hat das mehr oder weniger per Hand gemacht. Morgen sind die Leiter weggenommen und dann saß er da einfach. Also, das ist eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Und wird ja auch das große Parallel zum Manuka-Honig, auch bei dem Honig eingesetzt. Und kommt es aber auch aus den Landesteilen. Wobei man sagen muss, man hat riesen Heidegebiete. Ja. Ja. Bei der Erde sogar Honig. Ja. Das ist, ich sage, Heidehonig ist, absolut müsst ihr mal probieren. Das ist echt ein toller Honig. Darf ich mal zwischenfragen, was kostet bei euch ein Glas Heidehonig? 500 Gramm? Bei uns kostet Heidehonig. Bei uns kostet Heidehonig. Wir haben ja noch den Spezialfall, dass wir Heidestolz haben. Das heißt, wir haben einen Heidehonig, der nicht nur deutschen Heidehonig hat. Das heißt, wir haben Dänemark dabei. Wir haben Frankreich dabei. Wir haben einfach ganz interessante Heidecharaktere da drin. Auch Erika-Heide. Ja. Die in der Einzelfall vielleicht gar nicht so interessant erstmal ist. Aber in der Kombination. Also eine dänische Heide, eine Küstenheide. Frankreich aus den Bergen mit Niedersachsen. Das ist eine richtig tolle Kombination. Da liegen wir im Moment über 8 Euro. Und haben auch eigenen Honig. Bei der überlegen wir über 10 Euro. Ja. Müsst ihr dann, wie deklariert ihr euren Heidestolz dann? Als Honig aus EU-Ländern? Oder wie macht man... Genau, ein bisschen aus EG-Ländern. Das neue Etikett, die Einzel-Deklarierung, haben wir jetzt Deutschland, Dänemark, Frankreich. Ah, okay. Cool. Na ja, das ist dann ja so, wie es eigentlich sein sollte, ne? Genau. Es war eine Zeit lang nicht möglich. Und jetzt durch eine Einzel-Deklaration finde ich es auch wesentlich einleuchten darf. Und Heide muss man sagen, das Schöne ist ja, so ein bisschen wie bei Whisky. Jetzt dring ich kein Whisky, aber es gibt halt Einzelcharaktere, die gepaart mit anderen ganz neue, ganz neue Sachen so hervorbringen. Das ist auch das Spannende, dass man, man kann es nie mit verbundenen Augen sagen, das kommt Frankreich aus dem Pyrenäen oder so. So einfach ist es nicht. Aber die Vielfältigkeit, die im Geschmack sich verbirgt, ist sehr interessant. Und finde ich halt, deswegen ist es interessant, dass der Geschmack vielfältig sein kann. Dass auch die Jahrgänge so unterschiedlich schmecken. Cool. Super. Dann lass uns nochmal zurück. Ihr habt, du stellst sie dann auf die Tropenübungsplätze zum großen Teil. Und dann, du siehst dann auf der Waage, entweder alles klar, ist alles noch in Ordnung. Oder du kriegst Panik, dass du noch einen Honigraum aufsetzen musst, weil das Jahr so super ist und du kommst nicht auf diesen Platz rauf. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also eine Flachzarge hält ja jetzt auch nicht unbegrenzt. Und wenn es dann richtig honigt, oder wie ist das? Also da muss ja erstmal noch ein bisschen Blütenhonig vielleicht vorher so drin sein. Also man kann sie ja nie abbraten. Sicherlich machen wir noch ein kleines Paket ab wie von da in den Unterboden. Wir haben einen hohen Unterboden. Einmal festen 2,5 Kilo packen mit rein. Das ist so ein bisschen die Versicherung. Sorgen so ein bisschen Blick auf Wasser. Also Heidegebiete sind oftmals auch ein bisschen dröge. Und ansonsten, wir erweitern während der Heide nicht. Das heißt, wir bleiben bei einer Zarge. Da gehen bummelig 20 Kilo vielleicht rein. Dann gehen sie auch nachher mit der Brut ein bisschen nach unten. Also die Heide, wenn wir jetzt ganz zurückblicken, ist dann irgendwann ja so ein Lüneburger Stürmer mal voll Heidehonig. Wir gehen aus der Brut, was sie auch gerne sollen. Das hat eigentlich auch einen ganz schönen Bio-Rhythmus. Und Stück für Stück drückt der Heidehonig dann von oben die Bienen nach unten. Da passt schon genügend Honig rein. Also wenn es dann irgendwann so schlimm ist, die Bienen finden schon noch einen Weg, den zu lagern. Also bislang hat sie noch keiner beschwert damit zu wenig was. Okay, sehr gut. So für den Bio-Rhythmus und für die Ernte nachher als solches ist es schöner, wenn keine riesen Brutflächen mehr da sind. Wir sprechen ja nachher von der Ernte von Anfang September bis in den Oktober rein. Und sicherlich verlagern wir das Bienendasein dann nochmal sehr in den Herbst. Das heißt, es wird nochmal ganz neuer Brutsatz angelegt. Die Brutperiode reicht auf jeden Fall bis Ende November. Das gucke ich mir mal ganz schön mit diesen Brutraum-Sensoren an. Das verlagert man schon stark nach unten. Deswegen lassen wir ganz bewusst die Ableger vielleicht auch zurück, dass die ihren Rhythmus verhandeln können, wie sie ihn wollen. Und durchkreuzen halt bei den anderen Völkern dann den Rhythmus. Und holst du die irgendwann zurück, wanderst mit Honigräumen nach Hause und auch in der Reportage sieht man, dass ihr dann die Honigräume zu Hause abnehmt, ohne Bienenfluchten in euren Verarbeitungsraum bringt und sie dann auspustet zur Kunstschwärmen. Stimmt das so? Ja, also wir machen jedes Volk, jede Zage, jede Wabe einmal in die Hand. Das heißt, die Völker werden, ich sag mal, ständerweise herangeholt. Es wird sicherlich mal so Zeit, da müssen mehrere Bienen transportiert werden, aber versuchen die dann irgendwie schon ein bisschen in großen Sammelplätzen zusammenzuführen und ernten dann jeden Tag Stück für Stück die Völker ab. Also jedes Volk wird abgepustet, das Material wird sich angeschaut, der Honig sortiert. Also ich sortiere jede Ware. Direkt dann bei diesem Ohr, das machen wir im Idealfall mit drei Personen. Also einer kümmert sich nur ums Pusten, einer sortiert nur Waben, steckt neu zusammen, alles wird gekratzt, neue Waben und einer gibt dann die Bienen rein. Zwischendurch werden sie gleich nochmal einmal nackt behandelt als Wunschwaben. Und starten dann das ganze Volk nochmal ganz neu, da sprechen wir uns von Mitte bis Ende September. Und wie schwer machst du die Kunstschwärme dann? Im Schnitt drei Kilo. Da sehen wir halt zu, dass wir da, es können auch weniger sein, es können auch mal zweieinhalb Kilo sein. Manche Völker lassen sich auch ganz, wenn ich sehe. Also das sind auch ganz interessante Merkmale, die Bienen da manchmal halt auch drin sind. Manche Jahre hat man sicherlich weniger Bienen. Letztes Jahr kamen die Völker sehr zufrieden aus der Heide, der Imker waren zufrieden, die Bienen waren zufrieden. Und dann haben wir halt später entweder mehr oder weniger Völker. Das zieht mir dann aber auch durch, dass wir sagen, so wie die Bienen drin sind, machen wir hier nur ein Kilo pro Volk. Das funktioniert sicherlich nicht. Bei zweieinhalb bis drei Kilo Bienen haben wir einmal gezeigt, dass es in der Tage gut harmoniert und wir dann auch eine sehr, sehr starke Gleichmäßigkeit in den Völkerbestand kriegen. Das heißt, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen und ich mir die Völker alle nochmal anschaue, dann ist es wirklich so, dass diese sehr intensive Arbeit im Herbst sich auszahlt. Und die restlichen Völker, also der Brutraum quasi, der dann noch da ist, wird dann nochmal behandelt? Wir nehmen den Brutraum, füllen den auseinander und entscheiden dann, was wir mit der Brut machen. Also wir haben zum einen, dass wir sagen, wir nehmen dieses Jahr nur offene Brut. Es kann sein, dass wir alle Brut einschmelzen, wenn sie uns gar nicht gefällt. Also wir schauen aktiv in die Brut. Alles, was noch mit Honig ansetzen ist, wird in eine Brutscheune gesteckt. Notfalls wird alles in die Brutscheune und oder schmelzen oder ein Teil geht mit zurück in die Bieden. Setzt ein kleines Brut, lässt wieder mit rein, zentrieren das Volk. Das hängt aber wirklich vom Jahr und ab, was wir einfach für ein Gefühl haben, wie die Situation mit der Milbe ist. Dann behandeln wir genau. Aber das ist normal. Klar, du sagtest vorhin, wir bauen dann da Ableger bis zum geht nicht mehr. Das ist dann unsere Versicherung für das nächste Jahr. Weil du musst dann tatsächlich irgendwie Ende September, Anfang Oktober, musst du dann nochmal komplett entscheiden, was mache ich jetzt mit meinen x 100 Völkern? Muss ich die alle verkunstsparmen oder langt es, wenn ich nur die Honig raumbeben und der Rest? Du musst dann wirklich jedes Volk einzeln entscheiden und dann nochmal, weil es kann ja auch schon mal, Ende September kann es ja auch schon mal richtig kalt sein. Ja, wir machen das ganz bewusst, wir machen das unter einem Dach. Wir haben ein Netz, also wir können so Räuberei unabhängig 24 Stunden mit Beleuchtung arbeiten, wenn wir das wollten. Und es gibt immer noch die Option verkaufen. Also Bienen nach der Heide verkaufen hat eine sehr lange Tradition bei uns. Und das entscheiden wir dann rechtzeitig, wenn wir wissen, so und so sind die Völker, das und das ist die Nachfrage. Also oftmals, wenn über das Jahr irgendwo gereinigt so viel Glück hat mit Bienen, kann man sich sicherlich in der Lüdeburger Heide dann nochmal eindecken im Herbst. Und das sind alles so Faktoren, ich sag mal so Bestrebigkeit an die Hälfte der Bestandsvölker als Ableger zu führen im Herbst, reduzieren dann auf die gewünschte Summe im Winter und versuchen das dann so anzufeiern. Also sag mal nach den ersten 50 Völkern weiß man ungefähr, wohin geht die Reise, mit welchen Standorten oder mit welchen Herkünften hat man welche Linengewichte. Und das passen wir dann punktgenau an, sodass wir da eigentlich immer gut hingekommen sind. Aber lieber wintern wir natürlich mehr Völker ein, als wir dann so. So irgendein Trick klingt jetzt blöde, aber irgendeine Art, wie du Völker managt, ihr macht ja wahrscheinlich dann irgendwann auch klassisch Oxalsäure oder Varomet im Winter noch einmal Reste in Milbung. Hast du irgendeine Art und Weise, wie du mit Völkern umgehst, wo du sagst, verdammt, die hätte ich mal, die Wuppens nicht oder beim nächsten Frost sind die hin oder sowas? Es gibt ja ja so, weiß ich was, ich hab letztens gesehen hier, macht das hier Bob Beanie oder sowas so doppelten Boden übereinander und dann nochmal irgendwie aufeinander stellen oder sowas, aber kannst du dir wahrscheinlich nicht leisten. Wie gehst du mit sowas um? X drauf und... Ja, also das Gute ist ja dadurch, dass wir uns die Königin angeschaut haben bzw. uns oder Königin ausgetauscht haben. Im Herbst haben wir also eine sehr gute Überwinterung. Also das, was natürlich sonst als Verluste da ist, im Herbst haben wir einfach durch unsere Produktion im Herbst in den Winter rein und haben dann die Völkern noch bis November oder wir füttern dann auch bis Ende Oktober und wollen eigentlich erst November dann mal irgendwann mit einem Füttern auch zu Ende sein. Das klingt schon sehr lange, aber es ist einfach dadurch, dass wir dann nicht mit einem Schwung auffüttern, sondern scheibchenweise mit dem Futtertrog oben von Völkern auffüttern. Die Bienen sagen wir mal bis Ende Oktober eh in den Händen. Und dann ist der Unterschied zu Dezember nicht riesig. Wenn dann Völkern nochmal auftauchen, dann teile ich sie direkt auf. Wir haben ja das Glück mit der Flachzarge. Dann kommt es auch mal in ein anderes Volkernzarge oben drauf, wird dort vereinigt. Oder sitzt du nur noch auf einer zu sagen, wenn die König abhandengekommen ist. Und das managen wir dann so. Okay. Verstanden. Ja, dann war es das quasi schon. Dann werden die, wie du schon sagtest, die Völker werden dann langsam bei euch noch aufgefüttert. Erwartet man ja eigentlich so auch nicht, oder? Also je nach Bitterungslage. Man muss sagen, die letzten Jahre hatten wir wirklich einen warmen Herbst. Wir hatten dann auch bei uns, ich sag mal nach dem Mais, vielleicht schon ein bisschen Senf dabei. Und um dem allem gerecht zu werden und da nicht so einen großen Einstieg zu haben, haben wir uns dann auch. Also absehbar ist es gut, dass wir heutzutage, der Wetterbricht ja schon 14 Tage der meiste Frostperiode in jedem Fall voraussagen können. Und ich schaue da ziemlich viel nach und sind eigentlich so, dass wir auch noch so viel Pollen durch Senf und Co. im Herbst haben, dass wir sagen können, da füllen wir in Ruhe ein und sehen dann die Völker auch noch schön aus. Das ist ein großer Vorteil, sie erleben. Man muss da ein bisschen Schaubereien im Herbst, deswegen fülle ich mal spätmorgen, also frühmorgen, spätabend, sowas. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, sodass die dann auch vernünftig über den Winterfernwahl laufen. Ja, spannend. Es ist eine wahnsinnig lange Saison. Also wenn man sonst irgendwie bei uns ist, Mitte Juli ist durch, dann ist Linde, dann war es das. Und dann kannst du noch ein bisschen vermehren und noch ein bisschen so rumtüdeln. Aber im Prinzip ist dann die Arbeit durch. Und ihr seid da bis Mitte Oktober richtig in den Gange, oder? Wir müssen auch noch schleudern. Das geht ja in der Heidezeit auch nicht so schnell vonstatten. Durch das Gestüppel, durch die Viskusität schleudern wir also mehr als Toppe zu sagen, als beim Nachshonig jetzt zum Beispiel. Also die ist das eine ganz entspannte Zeit. Also es ist kein Druck mehr da. Der Honig kristallisiert nicht. Der kann nicht gelagert werden. Die können wir auch noch Weihnachten steudern. Aber irgendwann möchte man sicherlich auch mal anfangen mit aufräumen, sauber machen, das alles wegstapeln. Ja, also es ist schon eine interessante Sache, dass wir einfach im Herbst dann noch so ein hohes Arbeitskensum haben. Weil wenn das mal nicht stattfindet, wie zum Beispiel in 2018, wo wir aufgrund von Trockenheit im Sommer schon absehbar waren, dass wir nicht in die Heide wandern brauchen. Das ist also wirklich die Heide war verbrannt und hat dadurch auch langfristigen Schaden teilweise davon getragen. Das war ein bisschen eine Herausforderung in dem Sinne, dass ich nicht so ganz auf den Laufenden war, was machen wir mit den Völkern im Sommer, wenn wir sie nicht in die Heide stellen. Da muss ich mir auch mal Rat holen von woanders. Was macht die in Baden-Württemberg mit einem guten Kumpel? Dass man einfach mal schnackt so, was ist da los? Weil natürlich ist es auch schön, die Völker einfach in die Heide zu schieben und dann zu sagen, wir sehen uns dann halt zu einem festgelegten Termin, sehen wir uns wieder. Ja, das kommt zumindest zu auch vor. Aber sicherlich 2018 war ein interessantes Heidejahr. Also ein Jahr, wo es überhaupt nicht gewohnt hat und wo auch dann Folgenmitarbeiter sind, sie eigentlich ausgemerzt. Aber auch die Heidegebiete haben ja rückblickend immer eine Geschichte. Das heißt, jede Pflanze kennt man ja doch über einen längeren Zeitraum. Und die Bewirtschaftung und Altersstrukturen in der Heide entscheidet einfach auch über die Zeitpunkte, wann es Nektar gibt, aber auch über die Identität und so ähnlich auch Qualität. Das ist schon auch nochmal ein ganz anderes Niveau, auf was ihr da achtet. Also ich wohne jetzt auch zwischen Äpfel und Kirschbohlen und so weiter, aber ich kann dir nicht sagen, welche Sorte jetzt irgendwie in welchem Jahr, wie, Honig oder sonst was. Also das ist schon beeindruckend, was ihr da in der Heide macht. Schon Wahnsinn. Jetzt habe ich meine Frage vergessen vor lauter Lob. Dann holt ihr, macht den Honig fertig und so weiter. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr habt die, die Fässer bringt ihr dann nach Hause in eure Abfüllanlage. Ihr habt einen riesigen, riesigen Röhrer aus einer Bäckerei. Stimmt das noch? Ja, also wir haben ein bisschen, ja, vielleicht ein sehr eingefahrenes und das System Honig aufzubereiten, ein sehr eigenes System. Genau. Also wir lagern grundsätzlich in Fässern und wir haben dann Fässer auf. Pumpen sie um, haben zwei Fässer, ein Fass, wo der ganze Honig zur Aufbereitung reinkommt. Pumpen dann grundsätzlich jeden Honig einmal durch eine Thomas-Zentrifuge mit sehr, sehr feinen Säcken. Ist eigentlich dem Heide-Honig geschuldet, das wird dann nur über Zentrifugalkraft. Er ist ja nicht so gnädig, der Honig. Also Heide-Honig macht so viel Spaß, wie er macht. So viel Arbeit macht er leider auch. Alles eigene, sag ich mal, Maschinenpack und den Heide-Honig so viel gerecht werden. Wieben den, dann kühlen den direkt wieder runter im nächsten Rührpfass. Das ist immer so ungefähr im Tonnenbereich. Und brechen dann aber nochmal die Größenordnungen runter, indem wir einen Rührpügel haben, der eine Rührmaschine haben, wo wir das Bäcker jedes Stahlfässer haben. Die sind dann, wenn wir das System haben, dass einen runtergekühlten Honig vom Vortag, der die richtigen Kristalle zur richtigen Zeit hat, geben einen Pfeil frischen Honig dazu, der wird aufgerührt und dann cremig, wieder abgefüllt. Jeden Honig bei uns machen wir cremig. Heide-Honig sind auch ein bisschen cremig-Fans. Da gibt es natürlich eine große Bandbreite oder auch bestimmt viele Meinungen zu, wie Heide-Honig am besten schmeckt. Und bei uns ist sie seit jeher cremig. Ja, kommt ins Glas. Wir haben eine Produktpalette von 50 Gramm bis 4,5 Kilo. Also da ist eigentlich auch für jeden Verbraucher oder für jede Stärke was dabei. Und was rührt ihr in der großen Maschine? Wie viel Kilo oder wie viel Tonnen sind das? Also in den Rühlfässern ist es jeweils immer eine Tonne. Und dann brechen wir aber runter, ich glaube, so 150 Kilo gehen in den Kleinkühl. Das sind einfach die Begründe, dass der Grund, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie beim Sauerteig machen. Also es gibt immer etwas, was bleibt und etwas, was geht. Dass der sehr, sehr fest ist. Das macht zum einen eine sehr interessante Struktur im Honig und ist für den Heide-Honig genau das Richtige. Das bringt den geschmacklich und eine ganz interessante Ecke. Cool. Und dann geht das alles direkt in Gläser und in euer Lager oder nach und nach über Winter oder wie macht ihr das? Wird weiterverkauft, also abfühlen tun wir fortwähren. Also wir haben jetzt nicht, sagen wir mal so Schwerpunkte, sondern das nimmt schon so einmal so, das ist einfach ein Dauerbetrieb, der fortwährend läuft. Und dann, wenn auch Versand ist ein Weg, wir haben einen Laden, wir haben einen Teil, eine Revierverkäufer, aber jetzt keine, sagen wir mal Supermarktketten in dem Sinne. Und? Ihr habt einen Automaten. Jetzt bin ich gespannt. Ja, mal einen Automaten. Erzähl. Ich bin total, also ich kenne die Dinger nur, die poppen ja überall immer auf, aber das Letzte, was ich gehört habe, sagte einer, er hat 18.000 Euro gekostet. Ich dachte mir, wie viel Honig muss ich für 18.000 Euro verkaufen? Vor allem, wenn man jetzt auch nicht, ich meine, Hermannsburg ist jetzt nicht München City, aber erzähl mir, was war die Idee oder wie funktioniert das und so. Ich bin total gespannt. Erstmal haben wir den schon seit ein paar Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht genau, seit wann wir den haben. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, aber meine Chefin hatte da einen richtigen Riecher. Der ist zum einen sehr, sehr schön aufgemacht. Das muss man schon sagen, dass allein die Außenwirkung von so einem Automaten schon sehr schön ist. Wir haben unseren Betrieb und den Laden direkt an der Hauptstraße. Wir haben hier touristisch gesehen, ist Hermannsburg schon gar nicht so von Hand zu weisen. Sicherlich, der eine oder andere kennt Hermannsburg, sei es über verschiedene Sachen, die vielleicht nur hier stattfinden. Aber Tourismus findet hier regisch statt während der Heidezeit. Und die Honigkunden, da ist Sonntagabends natürlich nichts, wenn die an der Türe sind. Das federt der Automat immer ab. Und wir haben eben schon zwei Jahre, auch die gesamte Produktpalette befindet sich da drin. Da sind auch Geschenkkörbe drin, Creme, Seifen und von großer Eimer bis kleine Gläser, kleine Geschenkverpackung. Sodass auch, sag mal, jemand, der morgens noch irgendwo eingeladen ist und frühstücklich nachts noch eben Honig ziehen kann. Corona-Kontaktloser geht es natürlich nicht, als Honig aus dem Automaten zu holen. Also ich glaube sicherlich haben solche Automaten schon ihren eigenen Fanclub, die einfach den Kontakt brauchen. Aber grundsätzlich fängt ja einfach viele Kunden ab, die außerhalb der Öffnungszeiten immer sagen, so, von da und für Honig. Also eine ganz tolle Einrichtung. Ja, glaube ich. Aber ich denke sicherlich, der Standort ist sehr, sehr wichtig. Und ich kann auch einige Landwirte, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe einen, der hat, glaube ich, mittlerweile über zehn Stück, die alle mit Hühnereiern laufen. Und wenn die dann in so einem kleinen Fachwerkhaus sitzen und dann vielleicht noch ein paar interessante Produkte dabei sind, das sind schon tolle Sachen, die technisch, sagen wir mal, gut ausgestattet sind. Ganz wichtig ist natürlich, sagen wir mal, Qualitäts-AH-Meter, das Ding ist gekühlt. Das heißt, unabhängig von der Sonnenanstrahlung herrscht da drin, da man die 14 Grad, die ich vielleicht haben will. Und das generieren natürlich auch, wenn das Glas mal länger als ein Tag da drin steht, was sicherlich vorkommt. Ja, muss man sich ja keine Sorgen machen. Aber die sind nicht billig, ne? Oder ist da meine Information falsch? Sind auch, glaube ich, mittlerweile einfach vielleicht ein bisschen teurer geworden. Ah, okay. Da steht auch schon ein paar Tage und seitdem sind wesentlich mehr auf den Markt gekommen. Also so viel gab es damals noch bei euch. Ja, das ist schon eine coole Sache. Also sowas ist ja wirklich, bei uns ist auch, ne? Volles Touri-Gebiet zur Apfel. Kirschblüte ist hier Völkerwanderung und jeder zweite Hof hat inzwischen so ein Ding hier stehen. Aber auch da, ne? Es ist schon eine Investition, die muss sich auch, also die verkaufen auch Äpfeln, ne? Das ist ein ähnliches Preisgefüge wie wir. Die haben da auch alle ihre Obstsorten drin und Apfelsaft und sonst was. Aber mit so zwei bis fünf Euro Artikeln so ein Ding zu refinanzieren, ist auch sportlich, finde ich. Ja, sicherlich muss man vielleicht im Hintergrund noch ein bisschen Ladenöffnungszeiten, wenn die eingekürzt werden, wenn vielleicht auch der Personalaufwand sich reduziert durch sowas. Ja. Sicherlich halten auch lange. Das ist natürlich auch, wenn er eben eine Woche hier noch eine Wartung bräuchte und so, das ist dann vielleicht nicht das Optimale. Aber der Standort. Ich glaube, das steht und fällt hier mit dem Standort. Ja. Ja, ihr könnt ja auch abschreiben und sowas ja alles. Steuerlich nochmal anders. Cool. So, und dann hatten wir schon darüber gesprochen. Dann verkauft ihr dort euren Honig. Deine Völker werden nochmal zum Winter hin irgendwie noch einmal behandelt. Und dann kümmerst du dich um so tolle Sachen wie Wachs einschmelzen oder Dokumentation durchwühlen. Erzähle uns, was so ein großer Betrieb noch machen muss während der Winterzeit. Ja, also manchmal, wenn man sich über den Winter überlegt, weiß man wahrscheinlich gar nicht, was man macht. Aber die Zeit vergeht tatsächlich recht schnell. Wir kümmern uns um Wachs genau. Also wir haben auch unseren eigenen Wachsteilkreis laufen und das klassischerweise macht Wachsschmelzen. Das tun wir auch alles zusammen mit der Imkerei Stöckmann. Das kombinieren wir alles, sag ich mal, in Herbst rein. Mittelwände, genau. Lassen wir dann umarbeiten, kommen zurück und sehen dann schon zu, dass wir einen Großteil bis Weihnachten einfach schon vorbereiten. Alles, was wieder mit der Imkerei zu tun hat. Sicherlich versucht man auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Macht man eine Tour, bildet sie fort. Wir haben gleich das Bieneninstitut hier bei uns um der Ecke. Schauen wir ein bisschen, was wir bei den Prüfungssachen mit aktiv versuchen, mich einzubringen. Auf dem Laufenden zu bleiben. Bei der Imkerlehre oder aktuell läuft der Meisterkurs. Versuche mich da ein bisschen einzubringen. Erzähl mal, du bist im Prüfungsausschuss, ne? Genau. Für die Lehre bin ich gleich 20 Minuten von Zelle weg. Also habe da eine sehr kurze Einfahrt. Ich mag gerne mit jungen Menschen arbeiten. Einfach schauen, wo geht die Reise. Viele Leute, die einfach richtig Lust auf Wien haben. Das macht irre Spaß, mit denen so ein Prüfungsgespräch über Wien zu führen. Das macht ja niemand was mit Wien. Das ist einfach das, wo man so auf Gleichgesinnte trifft. Und das ist ein sehr schöner Nebeneffekt von dem Beruf. Also als im Bereich ist sicherlich alles sehr, sehr, sehr vielfältig. Und das ist ein Teil davon, der mir auch sehr viel Spaß macht. Wo man auch mit anderen noch so zusammenkommt, sich austauscht. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich eine Prüfung anschaut, natürlich auch im Laufenden bleibt, dass man nicht mehr der Dümmere im Raum ist. Und das nutze ich auch immer hier den Heimvorteil. Und das findet zum Teil, sicherlich findet auch was in der Saison statt. Aber ein Teil findet auch im Winter statt. Ich versuche gerne andere Irmke rein, um mal zu schauen, was ist so los. Und ja, also da nutzt man doch die Winterzeit und wundert sich dann, wie schnell das wieder um ist. Und jetzt sind die Tage ja schon zielbar bis zum nächsten Mal. Ja, absolut. Absolut. Das ist schön. Ich muss mir auch immer wieder auf die Finger setzen. Gerade wenn man noch so irgendwie so viele Fehler macht und noch nicht alles irgendwie durchdrungen hat und immer wieder was verbessern möchte, dann ist die nächste Saison immer die schönste, dass man irgendwie das korrigieren kann, was man verbockt hat in dem Jahr davor. Das ist so schön, ne? Das ist herrlich. Und dann guckt man auch noch mal, was die Jungs gerade in Australien oder Neuseeland und so gerade machen und kriegt dann ein bisschen Sehnsucht, dass es bei uns auch bald wieder losgeht. Aber schön. Guckst du irgendwie, also informierst du dich irgendwo über bestimmte Dinge? Liest du irgendwelche Bücher, Zeitschriften? Guckst irgendwas, was wir noch nicht kennen? Was wir noch nicht kennen? Also ich tausche mich sehr, sehr viel mit anderen Imkern aus. Also ich telefoniere gerne, versuche irgendwie während der Fahrzeit, die ja nicht ausbleiben, nicht völlig zu verblöden. Und darüber tausche ich mich viel aus. Aber ich lese auch eine Zeitschrift und nehme mir eigentlich auch vor, jeden Winter ein Buch zu lesen. Und so ein bisschen darauf zu bleiben und versuche dann auch, dass auch das Buch andere lesen, dass man sich darüber dann im Weiteren wieder austauscht. Dass man das so ein bisschen wieder leuchten kann und so. Und man lehrt manchmal auch die Intention uns allen ein Buch zu schenken und zu sagen, Sorry, ich bin es gelesen. Und dann haben wir dann was, was wir auseinanderklamüsern können, um das dann wieder durch mehrere Stimmen einfach zu beurteilen. Und da ist dann noch so eine Binderzeit, wenn es gut ist. Aber ich lese nicht unheimlich gerne. Das muss man schon sagen. Ich höre lieber. Okay. Das ist der Imkerlese-Club. Lest ihr dasselbe und das ist schon witzig. Aber sonst, klar, wenn man irgendwie nochmal was videomäßig schauen kann. Aber ich YouTube jetzt nicht unglaublich viel, um noch die neuesten Sachen zu finden. Ich versuche eher so etwas in der jungen Geschichte. Also vorhin haben wir gesagt, man kann schon auf zehn Jahre zurückblicken. Aber das ist ja noch nicht so viel Zeit. Es gibt noch so viel zu verändern und so viel zu verbessern. Und da versuche ich erstmal so ein bisschen auf unseren Schaffenskreis zu blicken und den voranzubringen. Aber ich glaube, wir sind auf einen ganz guten Weg. Ja, das glaube ich auch. Das ist schon echt beeindruckend. So rückblickend betrachtet, hättest du irgendwas... Ich habe Eddie dieselbe Frage gestellt. Ihr beiden kennt euch ja auch sehr gut. Ich habe Eddie die Frage gestellt und er hat gesagt, ob er irgendetwas hätte früher anschaffen sollen oder früher ändern sollen in seinem Betrieb. Und er sagte, ja, ich hätte mir diesen Drehteller für meine Abfüllanlage hätte ich mir schon viel Jahre früher kaufen sollen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz die Dimensionen, die du hast, aber ist irgendwas dabei, wo du sagen würdest, Mensch, das hätte ich mal vor zehn Jahren schon irgendwie machen sollen und mich damit nicht rumärgern sollen? Das ist eine gute Frage. Hm. Ja. Also letzten Winter haben wir ein neues Fahrzeug angeschafft. Wir in Neuseeland fährt ein kleiner Pickup mit eben einer Ladefläche, den einmal umgebaut, Räder, Felgen, Fritsche. Der macht schon richtig Spaß. Der macht auch mit Wien sehr viel Spaß. Das sind aber einfach so Sachen, die über der Zeit... Ich sage mal, so viele Sachen beruhen ja auf anderen Sachen. Also man hat die mal gesehen, man probiert die aus und so. Aber da glaube ich schon, die passen gut in den Betrieb. Also ich bin jetzt nicht so experimentierfrei. Ich gehe lieber Sachen erstmal woanders aus und schaue sie mir dann an. Und dann, wenn man weiß, das ist eine ganz coole Richtung, dann kann man die gut anschaffen. Also richtig, ich habe auch gerade nichts im Blick, wo ich sagen würde, oh, das muss unbedingt nächstes Jahr noch da sein. Also wir bauen jetzt noch ein bisschen Material zusammen. Mal schauen. Ja, du... Ja, du... Das hätte ja sein können. Das ist... Hast du zum Beispiel... Ich habe mal einen Ausflug in Holz gemacht und habe gemerkt, es ist nicht meins. Also ist hier... Ärgert mich nur hier oben, gammelt mir weg. Völker sehen nicht so gut aus wie ein Styropor. Hast du mal einen Ausflug in Holz gemacht oder so? Holz zahlen... Ein einziges Volk haben wir in Holz. Tatsache, das habe ich auch mal zur Hochzeit bekommen. In dem Maß, was wir selber in Styropor führen. Und das steht bei mir im Garten und das läuft auch ganz wunderbar. Das ist auf ein Viertel-Euro-Palette und tut da seinen Dienst ansonsten Holz. Ja, also meine Exkurs haben alle in Neuseeland stattgefunden. Und alles, was ich während der Lehre kennengelernt habe, ich hinterfrage das. Aber ich stelle das nicht so in Frage, dass ich das... Ich habe nie immer das Bedürfnis... Also noch nie das Bedürfnis, das alles auf Holz auch umzustellen. Ach so, okay. Das habe ich immer so gut gefallen, weil ich da auch Leute vertaue. Also ich war schon so auch von Leuten, dass man da auch draufhört und denen das auch richtig gut glaubt. Also schon so ein paar eigene Versuche anzustellen. Aber mit Holz läuft hier genau ein Volk und dem geht es auch gut. Okay, sehr gut. Habt ihr denn noch Körbe? Also ich habe auch in der Doku wieder, sieht man im Hintergrund noch einen klassischen alten Heidestand, wo noch ein paar Körbe drin stehen und Lüneburger Stulper und so weiter. Habt ihr da noch Bienen drin, gelegentlich? Manchmal? Aus Spaß? Ja, also ich selber nicht. Ich habe da... Also ich finde das unheimlich schön und wir haben auch noch einen Restbestand. Mein Onkel macht öfter nochmal Völker im Körbe und ich finde das. Also grundsätzlich ist das eine irre tolle Bienenhaltung. Also so von der Daseinsform des Bienens in so einem Korb, das ist schon toll. Aber ich habe da noch nicht so den... Ich bin nicht so der Oldtimer-Fan. Also ich fahre auch gerne neue Autos. Vielleicht kommt das. Aber was wir halt nutzen, sind die Standorte, wenn wir jetzt gerade so an diese älteren Sachen zurückdenken und das, was damals genau in der Reportage mit dem Hintergrund stand. Und das findet man immer noch wieder. Also das ist, glaube ich, ganz schön. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das auch immer wiederkommt. Aber im Moment ist auch noch eher der Optimierungsgedanke in der beruflichen Sparte im Vordergrund. Ja. Eddie hat mir im Interview nicht erzählt, aber später, dass er unheimlich viel Führung durch seine Imkerei macht und das relativ gut läuft. Und in dem Bericht von dem Bienen-Journal über euch war, stand auch drin, dass Klaus Ahrens viel Führung durch die Imkerei macht und zur Touristenzeit, dass das auch eine Sache ist, die gut läuft. Macht ihr was ähnliches? Nee, also eigentlich fast gar nicht im Sinne von, dass wir, glaube ich, gar nicht so der geeignetste Betrieb sind. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Steuern findet woanders statt, die Wachsgeschichterei. Wir haben einen Stammbetrieb, der auch eine Hauptstraße liegt, wo er schon immer gelegen hat. Und da ist quasi Honigaufbereitung und die Imkerei ist aber auch wieder in einem anderen Teil von Hermannsburg in einer Halle untergebracht, wo dann auch Zargenlager, ein Teil von dem produzierten Honig steht, Werkstatt, solche Sachen. Das heißt, es ist sehr auseinandergefiedelt. Also wenn jetzt mal irgendwie ein interessierter Berufskollege, dem man irgendwie damit weiterhelfen kann. Aber grundsätzlich sind wir da auch nicht ausgelegt und die Zeit benutzen wir anders. Nee, klar, ist ja auch, ist ja noch manchmal, gerade in so Tourigebieten und so ist das ja oft auch eine Möglichkeit, wenn die Familie eh schon komplett mitarbeitet und so, dass man da nochmal was zeigt oder so. Aber ist ja keine Pflicht, muss man ja nicht machen. Hier gibt es noch einen in der Nähe, der macht das auch mit Körben und zeigt das auch so, dass man das auch richtig schön separat anschauen kann. Also das ist schon toll, so die ganz alte Betriebsweise und viele sicherlich haben ja auch in der Vorstellung der Lüneburger Heide uns noch so ein bisschen weit vor Augen, wie wir mit Lüneburger Schulfer auf der Schulter durch die Heide joggen. Aber man findet es halt auch noch in kleinen Zügen. Das ist das Schöne, dass die Heide das ja nicht ausspricht, dass alle Formen möglich sind und in vielen Bereichen, gerade in der Nordheide, wird auch noch sehr Wert draufgelegt, diese Korflaken zu erhalten. Und das sind ganz tolle Sachen, die immer sehr viel Imkergeschichte in sich tragen oder einmal, wenn ich über den Wald laufe, also ich laufe viel querfelde ein, schaue mir Sachen an, die sonst sich vielleicht keiner angucken mit meinem Mund. Und da findet man so viele Korbststände, die einfach in einem Kiefernwald stehen, der damals halt nicht da war. Und da sind viele Waldveränderungen in der Lüneburger Heide. Und wenn in den 60er Jahren dann ein Korbststand war, der ist heutzutage so eingewachsen, dass man sich fragt, wer ist denn damals dorthin gefahren? Man sieht keinen Zuweg mehr, man sieht aber noch die Überbleibsel und so. Und das ist total interessant, wie die Landschaft sich geändert hat und die Heide natürlich auch zurückgegangen ist von der Fläche. Viel ist einfach doch beweilt und vergraßt. Und die Heidepflege heutzutage ist eine total interessante Sache, die dann auch wieder da mit einhergeht, was wird mit dem Nektar, wird die Heide entküsselt, wird sie abgeplackt, wird sie gleich nur freigehalten, wird sie abgebrannt. Total interessant und daraus ergibt sie auch eine ganz andere Landschaft. Ja, auch wenn du nicht auf Oldtimer stehst, aber das Erbe muss man ein bisschen oben halten, finde ich. Das ist so ein schöner, traditionsreicher Beruf, der immer moderner wird und es gibt immer mehr Maschinen und es wird immer mehr automatisiert. Aber die Grundlagen, zumindest erzählen zu können und so weiter, auch wenn du nicht auf Oldtimer stehst, das muss man machen. Ja, die Heide ist schon schön. Ich möchte ja auch nicht weg. Ich bin ganz bekennender Heidjahr und bin auch nur zu, ich sag mal, da, wo es dann notwendig war, der Heide entwichen und alles andere ist dann schon umlaufen. Also wenn wir Berge sehen, die 20 Meter Höhenunterschied haben, dann ist das Urlaub. Ja, das andere ist dann hier wirklich in der Ebene, ihre Folie. Wie, das ist meine letzte Frage, dann bist du entlassen, aber das muss ich dich fragen, weil du Prüfungsausschuss, Zelle und so, du kriegst so viel mit von jungen Menschen, die die Prüfung ablegen wollen und Imker lernen. Glaubst du, die Berufsimkerei in Deutschland ist auf einem aufstrebenden Ast oder ist das, ich meine, wir haben so viele Probleme und man, ich telefoniere ja nun auch viel mit Berufsimkern und Kollegen und viele davon haben Sorgen, sei es nun AFB oder WAX oder, 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 was da alles gerade diskutiert wird. Wie siehst du die Zukunft der Imkerei in Deutschland? Natürlich eine sehr weitgreifende Frage. Also ich glaube, der große Vorteil an jungen Menschen ist, dass sie viel jungen Input mitbringen und viele neue Sichtweisen. Also nur weil wir ja, meine Generation sprechen, jetzt ist die Anfang 30er, die Sichtweise haben, die vielleicht auch nicht ebenso entspricht wird, einfach viel frische Denkweise mit eingebracht. Und darüber denke ich schon, dass Imkere eine große Zukunft hat, weil sie sich ja immer weiterentwickelt. Also es gibt Geschichte, die Sachen, die früher gut geklappt, die haben auch heute noch gut geklappt und die Sachen, die einfach auch über die Jahre einfach ausgeblieben sind und neue Methoden. Also auch in der kurzen Zeit, in diesen zehn Jahren, die wir jetzt besprochen haben, haben sich Sachen geändert, die wir heute gar nicht mehr wegdenken können. Sicherlich Digitalisierung und Technologisierung, das ist schon ein starker Teil und ich bin auch ein Mensch, der technisch unheimlich toll findet, die auch froh ist, wenn er nicht jedes Bienenvolk einzutragen muss. Das ist schon sehr, sehr schön und da glaube ich, wird sich in der Zukunft noch viel verändern. Ich habe noch nicht ganz skeptisch den Artikel im Bienenjournalen gelesen, wo es um autonome Bienenhäuser geht, die so selber so arbeiten. Da habe ich drüber nachgedacht, ob das so die Zukunft ist. Deine Kinder, die später sagen, so ein Ding brauchen wir im Garten, wird sicherlich jedem vielleicht nicht stehen, aber ich glaube schon, dass da viel Innovation drin steckt und dass auch viele Leute das neu andenken. Es gab ja auch in letzter Zeit viele Start-ups, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann man die Gereien noch anders nutzen oder welche Berufsfelder stecken da noch drin. Ich denke, das, was gut ist, wird sich durchsetzen und das auch vor allem, was den Leuten unterm Strich Spaß macht. Weil ich glaube, im Jahr sind ja nur Leute, die das nicht aus Kapitalsicht oder irgendwie da sind ja viele Dinge dabei, die einfach wirklich Spaß machen müssen und die dann auch jedes Jahr wieder neu motivieren. Und ich glaube, soweit das wegfällt, sollte das gar nicht mehr so stattfinden. Ich bin da ganz, ganz guter Dinge und freue mich über jeden, der auf den Berufsweg einschlägt, in der ganzen Sache einfach noch ein bisschen Antrieb verleiht und das Ganze einfach neu angeht. Ja, ja. Ach, finde ich auch. Ich finde es auch immer schön, wenn jemand einen klassischen, so einen, man muss ja auch sagen, komplizierten Beruf erlernt. Also ist ja nichts, wie du schon sagst, du lernst ja jedes Jahr wieder was dazu und machst nicht deine Prüfung und bist dann irgendwie auf Stand und musst dich dann, also ist, man lernt jedes Jahr neu dazu, du kannst überall auf der ganzen Welt kannst du anheuern und andere Dinge kennenlernen und damit deinen eigenen Betrieb weitermachen. Ich persönlich, ich habe, ne, vielleicht schaffen wir das nochmal, den einen oder anderen hier in das Interview zu holen, der gerade den, oder der den Sprung jetzt macht in die Berufsimkerei. Na, ich kenne da so ein paar Leute hier, schöne Grüße an der Stelle. Das ist, ich finde das mutig und ich habe da großen Respekt vor, wenn das jemand, wenn jemand diesen Sprung macht. Also ich finde es eine schöne Sache. Ja, das denke ich auch. Das hat auch immer Zukunft und ja, bleibt auch immer spannend, sich das mal mit anzuschauen. Über verschiedene, die erfährt man davon ja auch. Das ist ja auch das Gute heutzutage, die ganze Verletzung und das, ich denke, dass unsere Generation auch generell sehr offen ist. Also wenn mir eine Frage gestellt wird, dann versuche ich die auch sehr ehrlich wie möglich zu beantworten, dass man daraus auch eine Lehre ziehen kann und irgendwie ein Informationsgehalt hat, der einen auch weiterbringt. Das finde ich mal ganz wichtig, dass man nicht da irgendwie alles in der Berge, das hilft uns in unserer kurzen Schaffenszeit, denke ich, nicht weiter. Das stimmt, das stimmt. Hinnak, vielen, vielen Dank. Das war ein total spannendes Gespräch. Ich konnte alle meine Fragen loswerden. Total, total cool. Ich finde es wahnsinnig gut, was ihr macht. Ich finde es total gut organisiert, dass ihr zusammenarbeitet mit mehreren Imkereien, dass ihr euch Maschinen teilt, dass ihr euch Wissen teilt, dass ihr euch, dass ihr zusammen Bücher liest. Es ist wirklich, es klingt alles sehr harmonisch und toll. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich hoffe, hat dir ein bisschen Spaß gebracht. Ja, das hat es. Vielen Dank. Genau, ist auch für mich immer eine Abwechslung und ja auch ein Teil des Berufes, den man vielleicht gar nicht so denken würde, was das Ganze einfach dann wieder interessant gestaltet hat. Das stimmt. Vielen, vielen Dank. Und die Zuschauer sehe ich dann bei der nächsten Folge. Macht's gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss.